Musik Hallo und herzlich willkommen YouTube Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Mafia 3 Euer Transact heißt euch herzlich willkommen Richie erledigen ist heute auf unserem Zettel Marcano zusetzen Nachdem du deine Geschäfte genommen hast Dich Marcano selbst kümmern Okay Sprich dein Gebet Erledige Richie So, heute geht es weiter hier Erstmal nochmal vorab Ganz herzlichen Dank für eure Vielen Comments, für eure vielen Likes Ganz lieben Dank für die Unterstützung Vorab Und ja, ich freue mich Dass ihr wieder am Start seid Hier mit mir und dass es heute weiter geht Hier mit Mafia 3 So Wo habe ich eigentlich, Moment Ich habe doch mein Auto hier Hä, wo ist denn mein Auto? Wie habe ich denn hier noch geparkt? Shit, ich muss erst mal meine Waffe wegstecken Ja, Moment So Das ist ein bisschen weit Ah, das gibt es doch nicht, dass mein Auto nicht mehr da ist So ein Ärger Da steht einer Der wird mich gleich verpfeifen Wenn ich hier ein Auto klaue Das ist ja mal Schiete Okay, dann müssen wir da irgendwie hinlaufen Oder ich finde es vielleicht doch noch irgendwie auf dem Weg Ach, hier sind auch überall alles voll People Die verpfeifen mich gleich Mal eben schauen Wie weit ist das denn? Nee, das machen wir nicht Hm Mal eben schauen Dass ich hier irgendwie ein Auto kriege So ein Ärger Da kann ich Ah, hier ist doch Möglichkeit bestimmt Ah, hier ist alles voll People Die verpfeifen mich gleich hier Ah, gerade ein schöner Sonnenuntergang Ei, 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 ei Moment Geh rein da Geh rein da Schön Hat keiner mitgekriegt Ja, zu laufen ist es doch ein bisschen weit Ups Oh, sorry Kleine Delle Wie lange soll ich denn hier warten Keine Zeit, keine Zeit So, wollen wir es doch nochmal ein bisschen umgucken hier Ein bisschen cruisen in diesem schönen Auto Und die Sonne oft die Gelapse scheinen lassen Na, bin ich jetzt richtig? Mal schauen Ne, ich bin nicht richtig Hätte die andere Richtung gemusst, oder? Jawohl Ich muss andersrum Wo soll das denn jetzt hier sein? Aktuelles Ziel Da vorne Das kann ja kein Mensch erkennen Da vorne Kann ich da irgendwie durchfahren? Da sind wir einfach mal frech hier Das ist scheinbar im Vergnügungspark Das ist ja abgefahren Muss ich da rüber schwimmen, oder was? Ach, sorry, eine Runde hier hingelegt Ach, hier muss ich raus Okay Schön mitten auf der Straße geparkt Sag nicht, ich muss da jetzt rüber schwimmen Okay Rummelplatz Habe ich auch erst gar nicht gesehen Hier müssen wir hoch Okay Leiter benutzen Das sieht ja richtig heiß aus, ne? Mit seiner glänzenden Lederjacke hier Leiter benutzen, Junge Rauf da So Finde Richie So Schauen wir uns mal um Nach Feinden Unsere Special Sicht hier Da vorne ist doch irgendwas Momento Ich hab ein mieses Gefühl Ja, sag ich doch Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen Er hat doch keine andere Wahl Sonst sind wir alle gefickt Wie deine Mutter nach dem Abschlussball Sicher, Mann Sicher Pfeifen wir mal Oh, oh Schnell dahinter verstecken Hoffentlich kommt der jetzt her Ja, der kommt her Sehr schön Ach, nee Der kommt nicht weiter Komm her Nochmal Keine Zeit rumzutrödeln Wir haben Ärger Hey Arschloch Ich hab Oh, oh Oh, shit Boah Krass So, Mart hier Heilen Puh Ja, 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 ja Das ist ein bisschen suboptimal gelaufen Würde ich gerade sagen So Egal Volles Risiko Oh, ne Sniper Machen wir mal unseren Röntgenblick Da hinten ist Richie Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste So Schauen wir uns mal um Ja Da kann man doch bestimmt reingucken Oh, ja, 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 da Ich den jetzt erledige Das ist bestimmt laut, oder? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist Atem anhalten Ah, der kann ja nichts mehr sehen Momento Momento Oh, da hinten ist noch einer Ich bring dich um Ist nur eine Frage der Zeit Du brauchst nur zu sterben Bereit zum Fangschuss Boah Mit einem Schuss Krass Krass, krass, krass Heftig Jetzt habe ich sie aufgescheucht, ja Ah, ja, baby Boah, mega Headshot Das war ja heftig Wie viele haben wir hier noch? Wie viele Jungs? Aber ich kann die hier nicht markieren Das ist doof Zumindest habe ich das noch nicht rausbekommen Da hinten ist da auch einer, oder? Hat sich da eben Ah, da sind noch mehr Jungs Leise wäre natürlich besser gewesen Das haben wir nicht so wirklich hingekriegt hier Mal gucken, ob ich hier noch ein paar Röntgenblick Na? Er kann nichts sehen Da! Da ist er Jetzt, mein Lieber Boah, krass Da sind noch mehr Cool mit der Sniper hier Schön am Komm her Nächster bitte Jetzt kann ich ihn gerade nicht sehen Er ist da lang Sieh nach, ob du ihn findest Wieso immer ich? Haha Haha Oh Da ist er Da kommt da Er kommt, er kommt Atem anhalten Zack Weg Da ist der Arsch Kommt her Schnell Mega laut Die Sniper Wo ist die Ratte? Röntgenblick Ich sehe niemanden Ich finde den Dreckswichser Ja, komm her Mein Lieber Wo ist der Rest von euch? Zahnlutschern Atem anhalten Kam ja hier Oh, der bewegt sich so schnell Mist Das ist ganz schön schwierig, wenn die sich so schnell bewegen So Da ist keiner Ich habe irgendwie das Gefühl Das wird hier schon wieder eine super XXL Folge heute Eigentlich die Folgen gar nicht so lang machen immer Mein Gott, wie viel sind das denn? Dschungel Da hinten kommt, glaube ich Jetzt kommt jemand Alles klar Okay Da kommt er Da kommt er Boah Ein Schuss Und der ist weg vom Fenster Auf die Distanz Das ist schon heftig So ein Sniper Jetzt feigen wir nochmal Da hinten ist doch noch jemand Da Da ist er Wusste ich doch Wusste ich doch, dass er noch Jetzt rennt die feige Ratte weg Bisschen pfeifen hier Komm her Schon angelockt Komm Boy Komm zu Papa Da ist er Da ist er Da ist er Da ist einer Wo ist er Da So ist es Dann zeigst du dich Boah Okay Dann wollen wir mal Ja Wechseln wir jetzt die Puste Nee Nee Wobei auf kurze Distanz Ist das eigentlich so optimal Ist das eigentlich nicht so optimal Was haben wir hier alles für Knarren Okay So Dann lass es runter Leiter benutzen Komm Runter mit dir Jawohl Zack Ich denke Jetzt brauchen wir nur noch kurze Distanzschüsse hier Und da kann ich die Sniper nicht gebrauchen Da haben wir noch Schuss gekriegt Jetzt kann ich eigentlich immer besser eine Maschinenpistole gebrauchen Na Da ist schon eine Da haben wir doch schon eine Komm Gebt her Scheiße Shit Da ist schon wieder jemand Oh Shit Oh shit Krass Der hat mich platt gemacht So Da sind wir wieder Ich habe jetzt erst mal so weit Hier wieder reingespielt in die Geschichte Dass wir nicht alles Wieder von vorne Ansehen müssen Hier Oh da kommt der nächste Eieieie Was Komm Ich habe ich da richtig getroffen Oder Jawohl Weg vom Fenster Meine Güte Der kann nix ab der Lincoln Aber der Rummelplatz ist absolut genial gemacht hier Also das ist eine tolle Kulisse So Und wir machen uns wieder Auf den Weg nach unten Ich nehme glaube ich Die Machine Gun mit Hier Jetzt So Geh runter Ah es sind noch mehr Jungs Ich kann bisher noch keinen mehr wieder sehen hier Weil diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger So besonders helle ist die KI nicht Aber wenn sie dich gekrallt hat Dann hast du wirklich überhaupt keine Chance So schlimm wie immer beschrieben finde ich es natürlich nicht Okay Mal schauen Schön vorsichtig Also ich sehe keinen Mit seinem special Röntgenblick Demnächst mache ich jetzt auch so Platt mit Maschinengewehr Das mir wurscht Da wird nicht mehr abgemurkst Na wo ist er Bis jetzt keiner zu sehen Ich gehe mal in die Deckung hier Oh ja 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 Okay Oh 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 hab ich mich erschrocken Dieser blöde Clown Ich glaube wir müssen hier hoch Okay Die Lache ist ja genial So okay Wir nähern uns langsam dem Geschehen Okay Okay Schön in Büsche verstecken hier Ei 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 Oh Mein Gott Ich finde Ritchie Der kennt noch super Ritchie Kommt zu dich Gefliegt So schauen Ist hier irgendwo was Noch sehe ich niemanden Wir schauen uns hier nochmal eben um Puh Ja ich bin ja gerade Da sind sie Wie viel sind das Komm her Nein Nicht schon wieder Heilen Bring meinen Arsch aus der Schusslinie Oh Oh Macht diese Ratte endlich platt hier Mensch Oh Das gibt es doch nicht Nicht schon wieder So Jetzt geht mir mal eben Wow Endlich Meine Güte Oh da kommt der nächste Da kommt der nächste Der kommt nicht zu sein Sieh mal nach was da los ist Wo ist der noch Shit 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 Von wo kommt der Ich kann nichts sehen Kommt der von hinten Von vorne Shit 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 Da kommt der von da Kommt der Okay den krall ich mir jetzt Komm her Sauber So Nächster bitte Da ist noch einer Meine Güte So leicht gebe ich nicht auf Ja komm her Noch zwei sind da sogar Da zwei People Da ist auch noch einer So ein Shit Das gibt es doch nicht Wir müssen diesen Arsch finden Der ist hier Unmittelbar in der Nähe Da kommt der Oh Komm her Wo ist er hin Komm her hier So ist es Jetzt hätte ich gerne seine Gander Da kommt der nächste schon Alle schön nacheinander erledigen So Er hat mich nicht Komm her Komm her Zack Der nächste So Jetzt gib mir mal die Gun Ne Nicht die Bewege mich weiter vor So Da ist sowieso Da ist auch noch einer Ich muss hier glaube ich durch Ich muss hier glaube ich durch Hier ist er nicht Bewege mich weiter vor Da Jetzt kommt der nächste Okay Ich kann den nicht sehen Los geht's weiter Jetzt kommt er Jetzt kommt er Jetzt kommt er Der andere ist Nein Komm doch her Ja du Sacknaht Mensch Genau Komm hier Jetzt kommt er Nun komm doch Sinnlos Hier weiter zu suchen Verflucht Der hier ist schon kalt So ist es Alle mal hier rüber Oh Wieso macht er den denn nicht platt Mensch Oh Das war wieder knapp Ich hab doch die Taste gedrückt Mensch Bereits zum Feiern So Mal eben schauen Da ist noch eine Ratte Ist da noch irgendwo Da ist noch einer Einer Mein Gott Das ist ja eine ganze Armee So Wo ist die Ratte Da kommt er Komm her So Den machen wir jetzt als nächstes Und dann Müsste das eigentlich auch endlich mal geschafft haben Ja Es ist voll der Berg hier Du bist hier irgendwo Ich weiß Ah Zauber Man muss im richtigen Winkel stehen Da ist noch einer Das gibt's doch nicht Tatsache Ich mache hier drüben weiter Die mit dem Anzug Die sind besonders gefährlich Okay Durchs Gitter schießen Jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier langsam Ach der ist auf der anderen Seite Okay Hier war er nicht So komm her Okay Oh mein Gott Oh Voll laut die Schritte Ich hoffe ich bin hier jetzt richtig Vielleicht ist der da drüben Vielleicht auch nicht Ist die Nahtmensch Okay Okay Wir müssen da auf jeden Fall irgendwie rum Da ist ein schönes Maschinengewehr Kann ich das nehmen Kann ich nicht nehmen Geh mal hoch Hier war er nicht Kann ich nicht nehmen Schiete Exit Okay Schön Oh jetzt hat er mich gesehen Komm her Komm her Vielleicht ist der da drüben Das gibt's doch nicht Der hat mich doch irgendwie gesehen Da ist er Okay Boah krass Da sind noch mehr Schön dahinter bleiben Boah Aber wir machen hier jetzt erstmal Einen Cut meine Lieben Beim nächsten Mal geht's spannend weiter Ich bedanke mich fürs freudige Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein und Ciao Boah Joach Hoi Joach Moine Jetzt PhD